hallo freunde und herzlich willkommen zu the walking dead 400 days ja wir spielen heute bzw den nächsten zwei drei tage oder vier tage ich weiß wie viel lang dauert spielen wir vor handelt das heißt wir werden uns kümmern um den dlc und ja ich bin schon sehr gespannt was hier auf uns zukommt denn der dlc soll ja auswirkungen haben auf season 2 und also die ganzen entscheidungen die man trifft sollen eben auch in season 2 umgesetzt werden und soll quasi sozusagen wie sagt man dazu importiert werden und von da an will ich mal sagen wir starten mit dem special dlc 400 tage heißt es auf deutsch natürlich wie kann es anders sein und ja schauen wir mal wie das wie diese dlc so ist der ladebett schirm natürlich der darf nicht fehlen weil es aus würde das spiel vielleicht nicht funktionieren also dann starten wir los 400 tage im dlc und walking dead telltale games presentiert in somnibide mid skyball entertainers do ja und so sieht man schon vorher war die stadt sehr belebt und jetzt nur wertnaDEN wir sind umgeben naja so schnell kann sich alles ändern die fahne schaut auch nicht mehr wirklich toll aus diesel 1 1 98 auch nicht schlecht ja kann man lassen den preis schwarzes brett mit lauter vermissten personen sehr übel aus eigentlich so denkt dass die ganzen personen vermisst werden ja und hier geht es jetzt glaube ich zum dlc das heißt wir können uns auswählen mit welchen mit welcher geschichte wir als erstes beginnen möchten es gibt anscheinend mehrere geschichten 1 2 3 4 5 geschichten gibt es das heißt es wird geschickt folgen geben es sei denn wir schaffen in einer folge vielleicht zweit und gibt es vielleicht nur vier folgen aber schon jedenfalls ich würde vorschlagen wir starten mit rasse der schon der ganzen web aus und von da an ja fangen wir einfach mal an mit rasse dem student gut dann gehen wir mal entscheidend übernehmen wir direkt die kontrolle über rasse schau mal da liegt eine leiche ich hoffe mal dass er sich nicht bewegt dann ist er schon groß und schon aus mit zogen truppe zogen die leiche ich hoffe mal dass er der stelle hier Ah, ein Auto. Scheiße, da schlägt mich einfach mal. Uhhh. Ah, ein Auto. Das ist gross, Junge. Obwohl, ich werde nicht sagen, was du machen mit einem Todesmühen. Wie man sich deine Kicks machte. Ich weiß nicht, was du machen, was du machen, was du findest. Ich war nicht. Was ist dein Name? Es geht nicht. Was, du nicht den Namen, Russell? Vielleicht ist das nur den Namen der Mann, du und deine Freunde robben. Was, du bist mit meiner Mutter? Ich weiß nicht, wer du von dir ausstattest. Vielleicht bist du in einer Gruppe, die liebte Leute. Ich weiß nicht. Du bist in einer Crew? Du hast ein paar Jäger mit hoodies, die ich mich überraschend haben? Ich habe es. Ich habe es nicht. All right, gut. Ich mag nicht die Dinge. Ich bin in die Auto. Du kannst hier essen, sonst werde ich nicht. Komm, los geht's. Ich werde nicht warten. Ich werde nicht immer warten. Okay. Ja. Ich würde gerne einen Rennen. Das wäre gut. Danke. Hell, ja. Geht in. Lass uns das aufbauen. Ich versuche, zu meiner Mutter zu Hause. Schau, sie mag die Party? Geht in. Wir kommen da. Oder irgendwo. Dann, irgendwann aufbauen. Dann vielleicht gewirrt. Das scheint recht nett zu sein, der Typ. Und Russell macht einen sympathischen Eindruck, finde ich. Das Name ist Nate, übrigens. Danke fürs fragen. Bist du Angst? Äh... Hier geht's. Ich will nicht diese Scheiße. Die Scheiße? Du wirst nicht wissen, was du sprachst. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe eine halbe Meinung zu machen. Du kannst mich nicht machen. Okay, schwerer Mann. Wir beide wissen, dass das nicht wahr ist. Aber okay. Du willst mir erzählen, wo du bist, zumindest? Es muss mit einer Crew gewesen sein. Einen Hinblick auf, wo du kommst? Vielleicht schreibe dich weg. Können wir einfach fahren? Ja. Willst du sitzen auf meinem Kopf? Ich will einfach nicht sprechen. Ja, ich will nicht so viel verraten. Ich weiß auch nicht, was das für ein Ding ist. Vielleicht ist das ein Verräter, ein Bedrücker. Ich weiß nicht. Ah ja. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht nervös warst. Wir haben alle unsere Weg zu kümeln, nicht wahr? Ich denke, ich kann mich etwas verstehen. Ah, wasser. Ich denke. Da geht's. Wir werden Spaß gemacht. Wir werden Spaß gemacht. Herr, erzähl mir, wo du warst, bevor du hier warst. Okay. Es waren sie von uns. Ich hatte keine Familie dort, oder was ich? Sie waren alle meine Eltern, in Statesboro. Es war ein Vater, die eine Frau von mir war. Ein Mann sagte er war ein Kampfer, aber niemand wirklich glaubte ihn. Dann ein Lehrer und seine Frau. Der Kieler war dieser Mann, Steve. Geh zurück zu der Frau. Steve war ein schlechtes Mann, aber jeder war mit ihm, you know? Er sagte sie war das magische Nummer, also wir haben keine Ahnung in die Gruppe. Wir haben die Survivoren. Es war das gleiche, jedes Mal. Er... 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 Geh es raus, Paco. Wir werden diese Leute töten und nehmen das was, oder was? Dann, bang! Sie werden tot. Anyway, ich konnte nicht das. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong six. Just tell me something about her. How was the rack? Give me a little something. Just a taste. Russ, I'm doing you a service here. Sure, whatever. Sure, whatever? Come on. Alright, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. Wow. What the fuck? Come on. Scale of 1 to 10. What do you think? Ah, slamming before she was so great. I don't think... Hello, Zombie. Schön nicht zu sehen. Fuck! Like a knife, right? Get off me! Maybe I got high standards. If you say 5, I'm gonna flip. Tell me, Russ. 10, okay? 10, you psycho! Yeah! That's the time. Out of this hole. Oh, shit. Yeah, genau. Just go out. He's running away from our people. 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 Nice one. Seriously. Good. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. Fine, be mad. Just stop being a pussy. I... Whoa. What the fuck? Okay, not. Russ! Get the fuck down, man! You don't wanna be there! Get to the truck! I'll cover you! I'll get fucking shot! No, you won't! I'll cover you! This guy can't hit the broad side of a barn! Just move your ass! I'll cover you! I'll cover you! I'll cover you! Look how good you did! Alright. What are we gonna do? First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. I'll cover you! Ah, down! See? Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. Alright. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Okay. Shit! Just keep pushing! Weiter, 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 come John! Hey, man! Hey, man! Hey, man! You need your balls! You need your balls, if you don't touch us. What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously this time. I'm not fucking around. You gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you wanna go first, that's fine too. I'll cover you. You go first. Just shoot at the window and keep that fucker's head down till I get where I'm going. Then throw me the gun, and I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? Cover my ass now. Remember, don't stop shooting. Fire! Alright. Throw me the gun, and I'll cover you. Okay. Here you have it. Whee! Yes! Good caught! Go! Let's go, KIDS. nano, 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 nano. Danke nur bloß nicht schießen rein! Hey! Verdammt. Verdammt! Gut! Wir kommen da hin und wir sollten gut sein. Geh! Danke. Wir sind noch nicht fertig. Mal sehen, ob wir zurückkommen können. Geh! Oh. Mann, was wir machen? Wir müssen da rein. Der Mann hat uns gebeten. Russell, relax, Mann. Wenn das Ende ist, wir nehmen was wir können, gehen wir nach Ihren Gramm, und haben eine große, große, große Kuchen. Okay? Oh. Oh. Hallo. Oh. 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 Na ja. Okay, it's clear. Bring your head down and follow me, you got it. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. You hear me? Not a fucking beep. Let's go. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. Okay. That's exactly what I can do. I think I saw a guy. No shit. Grab him. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out and grab him. Your goal. See. I'll cover you. Oh. 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 Du hast deine Maske zu Hause? Und jetzt bist du mit dieser verdammt Spook! Erstens, was ist der verdammt Rassismus? Das ist mein Junge! Zweitens, ich weiß dich nicht. Wir passen einfach wie jemand anderen. Bullshit! Du kamst zurück, um uns zu Ende zu nehmen und zu nehmen. Du hast deine verdammten Marbeln verloren. Sie sterben, und jetzt kann sie deine Gesichter sehen. Wir haben noch nie hier gewesen, Herr. Dann, wer hat meine Frau? Es war nicht wir. Du hast uns versucht, um uns zu töten. Und wenn alles, sollten wir dich rausnehmen. Bitte, einfach raus! Bitte, lasst uns allein! Was sagst du, Russ? Können wir diese Leute töten und alles ihre Dinge nehmen? Sie sind doch alt. Ich bin fertig. Das ist alles, Mann. Ich weiß dich nicht und ich will nicht. Ich will nicht. Kannst du nicht eine verdammt Rassismus machen? Schau dir deine verdammt Rassismus! Entschuldigung, ich bin weg! Komm schon! Wir können wir immer noch Freunde sein? Nein. Bede ролFrau verursacht. Ich kann mich nicht mehr vom Flammhaus ausprobieren. Nein. Ich bin heute im Training qui mit dem Flammhaus-Frau, wenn ich die nur verkaufen kann. Oh, Mann. schwede na gut leute das war mal die geschichte von russell als nächstes weiß ich noch nicht mit was wir mit welchen wir fortfahren aber ja ich würde vorschlagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder und schauen uns dann vielleicht mal shell oder bonnie mal schauen beide kommen mir nicht sympathisch vor also dann leute macht gut und bis zur nächsten folge